Heute bei Storylines. Der DAX lässt die Profis ratlos werden. Wir sprechen über eine Empfehlung aus der Börse online und den Daten-Cloud-Anbieter IONOS. Mehr dazu gleich. Die Profis sind ratlos. Der DAX, der ist zwischen Hoffen und Bangen und man denkt eigentlich, er müsste doch fallen, aber er fällt nicht. Er ist unterwegs, indem er Fallen stellt. Long und Short fallen und so den Markt verunsichert. Aber im reinen Chartbild ist der DAX long und es ist nur eine Frage der Zeit, bis neue Höchstkurse aufgestellt werden. Und das Ganze im September, und zwar in der zweiten Septemberwoche, der schlechtesten Woche ever. Und trotzdem steigt der Markt. Saisonal passt es überhaupt nicht zusammen. Und dann kommt noch Oktober, November, Dezember. Das sind starke Monate des Marktes. Und so wie es im Moment im Chart aussieht, bekommen wir bald ein neues Allzeithoch. Vielleicht in Richtung 20.000. Mal sehen, wie sich dann der Markt entwickelt. Also sehr stark der DAX. Und viele sind verunsichert. Die Profis sind ratlos. Und ich sage nur, schaut euch das an. Lasst euch nicht in die Falle locken. Und lieber zuschauen und warten. Vor allen Dingen nicht voreilig Short gehen. Man soll sich nicht was wünschen, sondern nur das Handeln, was man sieht. Und auch wenn die News überhaupt nicht dazu passen, ja, hier wieder schlechte Konjunkturdaten. Die Wirtschaft schrumpft in diesem Jahr. Und der DAX ist nah am Allzeithoch. Passt irgendwie nicht zusammen. Ist aber so. Der DAX ist stark. Und daraus sollte man nicht, ja, was sich was wünschen oder spekulieren, sondern man sollte die Realitäten ins Auge schauen. Wir sprechen über eine Aktie. Hier über vorgestellt von The Market, der NZZ, also aus der Schweiz. Es geht um die Jonas. Jonas ist ein europäischer Cloud-Anbieter. Normalerweise denkt man ja bei der Cloud über Apple, Google, Amazon, Microsoft, je nachdem, wie man gerade benutzt. Im Privaten wahrscheinlich die Apple Cloud. Und Ionos bietet für kleinere und mittlere Unternehmen, sogenannte Small Businesses, hier vor allen Dingen Internetlösungen an. Davon gibt es über 50 Millionen in Europa. Also 50 Millionen Kleinstunternehmer, die hier mittelfristig und auch kurzfristig eine Webseite brauchen und bestimmte Datendienste brauchen. Und auch in Zeiten von KI wird es immer leichter, eine Webseite zu bauen. Man kann einen Webshop aufbauen oder zumindest eine Internetpräsenz geben. Ein Baukastensystem hier von Ionos ist ganz einfach. Kann man sich eine Webseite bauen lassen, ohne dass man eine Agentur mit einbringt. Man braucht keine großen Texte schreiben. Die KI kann das übernehmen. ChatGPT kann Texte erstellen. Und nach Einschätzung der Bärenberg Bank ist Ionos in diesem Geschäftsfeld sehr früh und sehr intensiv unterwegs. Und nicht nur des Webseitenbau, auch dem Betrieb von Cloud-Diensten. Da ist Ionos führend. Hier auch eine Kooperation mit dem Bund, mit der Bundesregierung. Man wird über 200 Behörden in einer Cloud zusammenbringen, Datenaustausch. Und dieser Service hat halt den Vorteil oder das Smarte daran ist, dass es eine europäische Cloud ist oder eine deutsche Cloud. Und vor allen Dingen Daten, sensible Daten müssen nicht mehr zu Amazon oder Microsoft oder Google in die Cloud geschickt werden. Der Umsatz wird sich allein in Europa in den nächsten Jahren verdreifachen. So schätzen es zumindest Experten ein. Im Big Business ist eine SAP mit einer Azure Cloud. Aber hier in dem kleineren Segment, den kleinen Unternehmen, da ist eine große Lücke. Da gibt es auch noch einen zweiten Anbieter, die Schwarzgruppe, also von Lidl. Die haben hier auch einen Dienst. Ist ein Cloud und Co-Location Provider. Ist Teil der Schwarzgruppe. Und hier hat man die Möglichkeit eben auch europaweit Daten abzulegen. EU-Sicherheit, einfache Implementierung. Und das ist ein Business, für das hier noch Potenzial besteht. Und bei IONOS hat man erst eben, wie gesagt, einen Auftrag bekommen von der Bundesregierung. 400 Millionen Euro umfasst der Auftrag. Und 200 Behörden sollen hier in die Datenwolke gehoben werden. Und das Siegel Made in Europe könnte eben auch dann Folgeaufträge bringen. Und das Unternehmen hat oder wird ungefähr 450 Millionen EBITDA ausweisen. Eine Marge von 25 Prozent. Und die Experten sind sich einig, dass eine IONOS bei der Marge noch Potenzial nach oben hat. Hauptaktionär ist die United Internet. Die könnten sich von Anteilen trennen. Rund zwei Drittel der Anteile liegen noch bei United Internet. Das wäre aber nicht schlimm, weil der Streubesitz sehr gering ist. Liegt unter 15 Prozent. Und das ist relativ gering. KGV liegt bei 15. Und das in diesem Tech-Umfeld niedrig. In den USA vergleichbare Unternehmen haben vielleicht ein KGV von 30. Und die Aktie ist in dem Bereich von 20 Euro gut unterstützt. Goldman Sachs hat kaufen. 35 Euro Kursziel. Deutsche Bank sagt ebenfalls kaufen. Etwas um 30 Euro. Und die Aktie steht so bei 21, 22 Euro. Also hier eine interessante Chance. Ich habe auch einen Podcast heute zugemacht. Wer das will, nochmal genauer anschauen will, der könnte sich das anhören. Nächster Tipp. Heute in der aktuellen Börse online. 20 Prozent Rendite? Fragezeichen. Es geht um die Ausschüttung bei RTL. Bei RTL ist ja nun einer wieder zurück. Den kennt ihr, Stefan Raab. Der hat mit seinem Boxkampf sich ja wieder zurückgemeldet. Und er hat eine eigene Fernsehshow. Und in diesem Zusammenhang steigt die Aktie auch wieder an. Die RTL-Aktie, ob es nun an Stefan Raab liegt, völlig unklar. Zumindest, was klar ist, dass bei Stefan Raab hier, ja, zumindest das Zielpublikum angesprochen wird. Man hat hier in einer Analyse gesagt, dass man vor allen Dingen ältere Männer, also die Raab-Zielgruppe Mitte, Ende 50 anspricht. Auf RTL Plus wird das Ganze gestreamt. Und hier scheint man wohl recht gute Erfolge zu haben. Bei RTL geht es wahrscheinlich eher mehr darum, dass man einen Teilbereich verkauft. Und zwar geht es darum, dass man ein Tochterunternehmen verkauft. Im letzten Jahr hat man auch schon eine hohe Dividende ausgeschüttet. Also man erwirtschaftet schon recht gute Ergebnisse. 80 Prozent des Ergebnisses werden in der Regel ausgeschüttet. Und neulich hat auch der Bertelsmann-Anteilseigner, der Bertelsmann-Chef, in einem Interview gesagt, dass das zumindest im Rahmenlaufe, das TV-Geschäft. Bertelsmann hält über 75 Prozent an der RTL. Und wenn das Werbegeschäft wieder anzieht, dann wäre das gut für die RTL-Aktie. Wie gesagt, im letzten Jahr wurden 2,75 Euro ausgezahlt. Und in diesem Jahr könnten bis zu 6 Euro ausbezahlt werden, weil man nämlich ein belgisches Medienunternehmen verkauft hat oder verkaufen will. Man verkauft ein niederländisches TV-Unternehmen an eine belgische Unternehmung. Und über 1,1 Milliarden sollen hier in die Kasse gespült werden. So berichtet es zumindest hier die Börse online. Und das würde 6 Euro Dividende entsprechen, wenn man den Gewinn auskehren würde. Das würde 20 Prozent Dividendenrendite bedeuten für die RTL. Also vorher 5, 6 Prozent ist ja schon viel. Jetzt 20 Prozent wäre der absolute Hammer. Es steht noch die Zustimmung der Kartellbehörden aus. Aber die Aktie, man sieht es hier im Kurs, springt zumindest an. Kursziel von Börse online 45 Euro. Also hier deutlich Potenzial. Wenn der Deal durchgeht, wenn die Kartellbehörden dem zustimmen, dann wäre das eine heiße Aktie, ein Hotstock und den ihr euch gerne mal anschauen wollt. Soweit von mir. Ich melde mich morgen wieder. Bis die Tage. Ciao, ciao.